Ein spektakuläres Festivalwochenende geht dem Ende zu. Nachdem wegen Unwetter das Musikfestival Rock am Ring frühzeitig abgebrochen werden musste, konnten die Fans in Oberhausen beim Auftakt der ULAY-Party-Serie mit nur zwei Schauern ausgelassen feiern. Hier standen am Samstag rund 30.000 Partyfans vor der Bühne und feierten mit ihren Stars. Und die Bühne war wieder einmal groß besetzt. Mit Stimmungsgaranten wie Micky Krause, Jürgen Dreefs oder Willi Herren hatte der Veranstalter Markus Krampe bereits auf die alten Zugpferde gesetzt. Doch auch Künstler wie Mia Julia oder Icke Hüftgold waren diesmal auf der großen Bühne mit dabei. Und dann auf so einer Bühne hier bei Markus bei Oberhausen ULAY. Absoluter Wahnsinn. Der Veranstalter ist mit dem ersten Event der ULAY-Serie rundum zufrieden. Wir sind ausverkauft mit knapp über 30.000 Leuten. Das ist Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil die Wetterprognosen so schlecht waren vorher und alle haben gedacht, boah, gehst du da hin, nachher gibt es ein riesen Gewitter. Jeder hat ja mitgekriegt, was so bei anderen Festivals in so einem Moment passiert. Das ist richtig heftig für Veranstalter, für mich auch. Ich war vor zwei Tagen kurz davor, das hier auch abzusagen, weil ich dachte, boah, das ist dann einfach auch zu gefährlich. Glücklicherweise ist alles gut gegangen und dann sind wir alle happy. Nun geht es direkt weiter in Städte wie Bremen, wo der Partyschlager-Zirkus ebenfalls aufgeschlagen wird. Wir sind die Kinder, die Kinder von Süddeutsch. 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 Vielen Dank.